So, hier demonstrieren wir das Schulungsbeispiel 1 eines Schulungs-AEDs. Wenn jetzt ein Unfall passiert und die Person zum Beispiel nicht mehr bei Bewusstsein ist, wir legen den AED an und um ihn zu benutzen, müssen wir bei Pull natürlich ziehen. Alle Kleidungsstücke vom Brustkorb des Patienten entfernen. Falls nötig, aufschneiden. Wenn der Brustkorb entblößt ist, die weiße Schutzfolie abziehen und die Elektroden herausnehmen. Elektrode wie abgebildet auskleben. Fest auf den entblößten Brustkorb drücken. Die zwei kleben wir jetzt auf den Brustkorb. Patient nicht berühren. Herzrhythmus wird analysiert. Patient nicht berühren. Schock empfohlen. Unbedingt Abstand zum Patienten halten. Blinkende, orangefarbene Taste jetzt drücken. Schock abgegeben. Alarmieren Sie den Rettungsdienst. Patient kann gefahrlos berührt werden. Herzdruckmassage und Beatmung beginnen. Zur Anleitung einen Handballen auf die Mitte des Brustkorbs setzen. Handballen der zweiten Hand auf die erste Hand setzen. Den Brustkorb fünf Zentimeter tief eindrücken. Den vorgegebenen Takt befolgen. Nase zuhalten, Kopf überstrecken, Kinn anheben und zweimal beatmen. Beatmen, Beatmen, Herzdruckmassage fortsetzen. Nase zuhalten, Kopf überstrecken, Kinn anheben und zweimal beatmen. Beatmen. Beatmen, Herzdruckmassage fortsetzen. Nase zuhalten, Kopf überstrecken, Kinn anheben und zweimal beatmen. Beatmen, Herzdruckmassage fortsetzen. Beatmen, Herzdruckmassage fortsetzen. Beatmen, Herzdruckmassage fortsetzen. Nase zuhalten, Kopf überstrecken, Kinn anheben und zweimal beatmen. Beatmen, Herzdruckmassage fortsetzen. Herzdruckmassage fortsetzen. Herzdruckmassage fortsetzen. Patient nicht berühren. Kein Schock empfohlen. Patient kann gefahrlos berühren.